Ja, hier haben wir eine perfekte Bank gefunden für unsere Show-Me-Your-Gear-Challenge. Der nette Kanal Willems Outdoor-Welt hat diese Challenge ins Leben gerufen. Und uns haben direkt zwei Kanäle nominiert. Einerseits der Kanal City Reini, den wir natürlich auch verlinken. Und der Kanal Sasse, weit und weg, den verlinken wir natürlich auch. Ja, da kommen wir wohl nicht mehr raus aus der Nummer, wenn wir doppelt nominiert werden. Und eigentlich sind wir jetzt gar nicht so die großen Ausrüstungs-, also Gier-Fetischisten. Deswegen haben wir uns dann doch lange Gedanken gemacht. Aber ich denke, wir haben ein paar überraschende Ideen produziert. Worum geht es denn bei dieser Challenge? Es geht darum, dass man vorstellen soll, was der älteste Ausrüstungsteil ist, der günstigste, der neueste und der am meisten benutzte Ausrüstungsteil. Und der teuerste. Und der teuerste Ausrüstungsteil, genau. Und naja, das ist ja immer so eine individuelle Geschichte mit diesem ganzen Ausrüstungskram. Deswegen wollen wir hier auch nicht groß als Werbeträger fungieren, sondern haben uns überlegt, was denn bei uns so persönlich vielleicht typisch ist, auch für die Wandersocken. Ja, da fangen wir doch mal mit dem ältesten Ausrüstungsteil an. Das ist ein Eifelführer von 1927, den wir mal auf der Straße aufgelesen haben, in einem dieser zu verschenken Kartons, die man jetzt immer häufiger so sieht. Wo dann bevorzugt Bücher oder Porzellan drinstehen. Und der ist super interessant. Also man sieht zum Beispiel da dieses Mineralwasser, das gibt es heute noch. Aber man sieht beispielsweise auch interessante Weitwanderwege, die man dann vergleichen kann mit heutigen Wanderwegen hier. Ein Überblick der Eifel. Und hier sieht man auch ganz gut, wie viel Bahnstrecken es beispielsweise früher in der Eifel gegeben hat. Also ich würde mal sagen, doppelt so viele wie heute. Auch ganz interessante Informationen. Und wir vergleichen das immer mal wieder so mit heutigen Wanderungen, was hier so steht. Und auch immer ganz lustig, gerade bei aktuellen Wanderungen, die man so macht, das abzugleichen mit früher. Hier zum Beispiel eine Karte von der Gegend Oprüm. Und das ist kein Quatsch, wir gucken da wirklich oft rein. Ja, das macht echt Spaß, das so abzugleichen, wie sich das so historisch auch gewandelt hat. Und man sieht zum Beispiel, dass es in 20er Jahren schon eine große Wanderbewegung gegeben hat. Hier sieht man so schön die bunten Wege, die da eingezeichnet sind. Das rote Dürentria zum Beispiel. Ja, diesen Fernwanderweg. Der hat dann irgendwann auch, glaube ich, weite Teile des Eifelsteigs dann eingenommen. Hier sieht man übrigens, dass es damals schon einen Karl-Kaufmann-Weg gab als Weitwanderweg. Karl-Kaufmann war damals der Vorsitzende des Eifel-Vereins und der hat sich zu seinen Lebzeiten schon ein Denkmal gesetzt mit diesem Weitwanderweg. Der aber heute Villa Eifelweg heißt, weil man irgendwann festgestellt hat, dieser Karl-Kaufmann hat dann doch ein bisschen zu viel mit den Nazis gemaggelt nachher. Ja, interessante Informationen. Und lustig ist hier dran auch, wenn man sich die Ortschaften anguckt, die kleinen, durch die man kommt, steht auch immer was über die Übernachtungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel die Hotels in Wittlich. Da gab es eine ganze Menge Hotels und Gasthöfe, wenn man das so sieht, bestimmt mehr als heute. Und dann steht da immer, was die Übernachtung kostete. Zum Beispiel Zimmer, Frühstück hier zum Beispiel 3,50 Mark. Ja, ganz witzig ist auch das Vorwort, wo damals schon an das Umweltbewusstsein appelliert wird, des Eifel-Wanderers. Da heißt es nämlich, achtet und ehret die Natur, unsere gemeinsame Mutter, die uns die reinsten Freuden bietet. Verunziert nicht Wald, Wiese und Wasser durch Wegwerfen von Speiseresten, Papier, Blechbüchsen, Flaschen und dergleichen. Lasst dem Wald seine Zweige, Blüten und Früchte und so weiter. Man würde es heute anders ausdrücken, aber im Kern hat man immer noch die gleichen Probleme. Dann kommen wir doch mal zum meistbenutzten Ausrüstungsgegenstand der Wandersocken. Und da sieht man auch schon sehr gut am Zustand. Das ist die Wanderkarte. Wir haben jetzt mal als Beispiel eine Wanderkarte vom Ahrtal genommen. Und ihr seht, die ist schon ziemlich zerfleddert. Und trotzdem wurde sie schon mehrfach von mir geklebt, muss man sagen. Aber das ist leider immer nur von kurzer Dauer. Ja, in der Tat. Und hier diese Textmarker-Markierungen sind dann auch die Wege, die man schon gegangen ist. Ja, das wird immer fein säuberlich überzeichnet. Sehr gerne von der Wandersockendame beispielsweise. Warum mögen wir die Wanderkarte? Denn wir haben hier eigentlich auch ein Navigationsgerät. Ganz einfach. Die Wanderkarte erlaubt immer einen Blick über den Tellerrand hinaus. Und das ist einfach wunderschön, sich da übers Gelände eben zu informieren. Und dann einfach auch mal zu schauen, was ist hinter dem nächsten Berg, hinter dem nächsten Bach. Wie sieht es im Nachbardorf aus? Beim Navigationsgerät ist es ein bisschen wie mit Scheuklappen unterwegs sein. Also man trottet wie so ein Pferd immer so vor sich hin und sieht den Weg. Im besten Fall, wenn das Gerät seinen Dienst tut. Was auch nicht immer der Fall ist. Aber über den Tellerrand hinaus sieht man mit dem Navigationsgerät eben nicht. Und das kann die gute alte Wanderkarte wunderbar. Wir haben natürlich nicht nur diese eine Wanderkarte, sondern wir haben gefühlte 50 zu Hause liegen. Auch gerne von Gegenden, die wir bereisen. Miraner Höhenweg fällt mal so ein. Auch da haben wir dann gerne eine Wanderkarte. Einfach um sich das Gelände besser vorstellen zu können. Und auch da besser orientieren zu können. Und wenn man sich nachträglich nochmal fragt, wo war das eigentlich damals, dann kann man es oftmals auch auf der Wanderkarte nochmal finden. Ja, das teuerste Ausrüstungsstück. Da haben wir lange überlegt, was das wohl sein mag. Und mussten zu unserer Schande gestehen, es ist wahrscheinlich das Auto. Denn wir sind Großstadtbewohner und wir müssen erstmal zu unseren Wanderungen hinkommen. Und das würden wir gerne viel öfter mit der Bahn, aber das ist in vielen Fällen leider gar nicht möglich, weil es diese Bahnverbindung gar nicht gibt. Und zu Corona-Zeiten war es auch nicht immer so angenehm, mit der Bahn zu fahren. Deswegen fahren wir erstmal dann meistens mit dem Auto hin. Aber ich glaube jetzt, wenn wir fertig geimpft sind, dann können wir auch wieder häufiger mit der Bahn fahren. Ja, und das neueste Stück, das wir haben, das ist eine ganz tolle App, die einem verrät, was für Blumen so am Wegesrand stehen. Und zwar heißt die Flora Incognita und wurde von der Universität in Ilmenau entwickelt. Und wenn man zum Beispiel sowas wie dieses pinke Blümchen da hat, dann startet man seine App, wählt dann die Funktion Pflanze erkennen, wählt Blume, wird dann aufgefordert, diese zu fotografieren. Und wir erfahren, es handelt sich hierbei um das Ruprechtskraut, auch Stinkstorschen-Schnabel. Oh, okay. Naja, das Tolle ist, die App bis kostenfrei runterzuladen, heißt Flora Incognita und bisher hat sie immer schon funktioniert. Und man erfährt noch was darüber, was die Pflanzen so ausmacht. Und die kann man zum Beispiel, die Blüten sind eine essbare Dekoration und in Notzeiten dient die Wurzel als Gemüse. Und sie ist auch noch zur medizinischen Anwendung, bei Magen-Darm-Beschwerden, Zahnschmerzen, da, 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 da. Ja, das ist auch toll, da muss man nicht dumm sterben. Tolle Sache. So, jetzt fehlt natürlich noch der günstigste Ausrüstungsgegenstand, haben wir natürlich auch lange überlegt. Es hätte auch jetzt ein Müllbeutel sein können, den wir auch öfter mal dabei haben. Kostet auch nicht viel, aber das hat ehrlich gesagt auch gar nichts gekostet. Denn das ist von der Mutter des Wandersockenherrn eine Tupperdose, die wir sehr oft dabei haben. Mit heute sehr sommerlichem Inhalt. Kürbis. Und Pfirsich. Warum Tupperdose? Ganz einfach, meine Mutter war früher ein Tupper-Party-Girl und hat dementsprechend viel gehortet von diesen Tupperdosen. Und da fällt doch immer mal die ein oder andere Tupperdose für uns ab. Ja, ist einfach sehr, sehr praktisch. Ja, und jetzt fehlen auch noch die Nominierungen für die Fortführung dieses Show-Me-Your-Beer-Challenge-Wettbewerbs. Nennen wir es mal Wettbewerb. Und wir haben überlegt, den Kanal Wundervolle Wanderwelten zu nehmen. Christiane und Werner, ich bin mal gespannt. Wir sind gespannt, was euch zu dem Thema einfällt. Ja, und dann haben wir noch nominiert den lieben Nils vom Kanal Hiddensen Wanderungen. Da sind wir auch mal sehr gespannt, was er uns da vorstellen will und ob Super Muck auch dabei sein wird. Und dann haben wir noch nominiert den guten Roman vom Kanal Wild Soda. Und der ist auch schon lange dabei. Da wird sich so einiges an Gier angehäuft haben. Könnte ich mir vorstellen. Da sind wir auch mal sehr gespannt, was ihr aus der Idee macht. Ihr könnt es ja auch einfach links liegen lassen. Auch kein Thema. Ja, aber wir danken nochmal Willems Outdoor-Welt für diese originelle Idee. Und wir hoffen, wir haben der Welt was Originelles hinterlassen.